Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Bildbesprechung. Und wie immer gleich zu Anfang der Aufruf, wenn ihr möchtet, dass ich eure Bilder bespreche, dann schickt sie mir doch bitte zu, und zwar unter der E-Mail-Adresse frank.astrofotocolon.de. Kurze Beschreibungen, Belichtungszeiten, Gerätschaften und so weiter und so fort, natürlich das fertige Bild und immer gerne auch mal ein Ro-Stack. Das Ganze könnt ihr, wenn es nicht allzu groß ist, per E-Mail schicken oder ihr schickt mir eine gleiche E-Mail-Adresse, zum Beispiel einen Link über WeTransfer oder über irgendein anderes Datenverschickungsportal. So, ich habe neulich in einer Bildbesprechung gesagt, dass man heutzutage relativ wenige Bilder sieht mit langen Brennweiten. Und das hat der liebe Edmund Georgi gehört und hat mir ein Bild geschickt. Und das ist dieses hier vom Qualennebel, ich glaube IC443. Ja, und das ist mal wirklich mit ordentlich Brennweite aufgenommen. Ein bisschen was zu den Bilddaten. Das ist nämlich ein 12 Zoll ACF F10 von Miet. Das Ganze mit einem 0,67 Reducer, zwar betrieben, aber kommen wir immer noch auf eine stattliche Brennweite. Die Kamera ist ein relativ großer, also ein relativ großer Chip. Die Artic 110002 hat, also das ist ähnlich wie die S-Big 11000, hat 9 Mikron Pixel. Dann ein Off-Axis-Guider, wurde hier verwendet ein FLI-Filterrad mit Astrodon RGBL und H-Alpha-O3 und S2-Filter mit jeweils 5 Nanometer Durchlass. Dann noch ein schöner Robofokus zum Fokussieren dran und dann läuft das Ganze aufgenommen. Wurde das Ganze in Frankreich, wo der Edmund lebt, im Zentralmassiv. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, also auf Deutsch zentralmassiv. Bei sehr dunklem Himmel auf 1001 Meter Höhe in seiner privaten Sternwarte. Ich habe mir seine Seite mal angeguckt und das sieht ja wirklich ganz fantastisch aus. Paradiesisch, kann man nicht anders sagen. Wie Gott in Frankreich, sagt man, glaube ich, oder? Also, so lässt es sich leben, das gefällt mir. Das Ganze wurde dann nach der Hubble-Palette bearbeitet für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Man nimmt also diese Schwarz-Weiß-Bilder, die dann mit diesen speziellen Linienfiltern aufgenommen wurden und ordnet diese Schwarz-Weiß-Bilder bestimmten Farben zu. In der Regel macht man das so, dass man H-Alpha dem grünen Kanal zuordnet, S2 dem rot Kanal und O3 dem blau Kanal zuordnet. Dann werden diese Farben, also üblicherweise kommt dann ein sehr grünes Bild dabei raus, weil der H-Alpha-Kanal sehr, sehr häufig dominiert. Dann werden diese Farben noch nach einer bestimmten Methode ein bisschen verändert. Das macht man in der Regel in der Software Adobe Photoshop. Da gibt es eine Anleitung, nach der viele Leute das machen. Und das ist die Anleitung, die ich schon häufig hier unter den Videos gelinkt habe, nach Bob Frankie. Und auf dessen Seite gehen wir gleich auch nochmal. Gut, und dann kommen eher so goldbraun-blaue Töne raus, wie das eben hier in dem Bild zu sehen ist. So, das ist natürlich ein tolles Bild. Man sieht diesen Qualennebel sehr, sehr selten, so en detail, mit so vielen Details. Das ist übrigens ein Supernova-Überrest. Und man sieht diese ganzen filamentartigen Strukturen. Und das ist wirklich was zum mit der Zunge schnalzen. Ja, man sieht es häufiger auf Wide-Field-Aufnahmen, also mit weniger Brennweite. Auch da gucken wir uns gleich mal ein Beispielbild an. Und ja, also im Prinzip Wahnsinnsfoto, klasse gemacht. Ein bisschen was vielleicht nochmal zu einer Sache. Hier wurden die Aufnahmen im 2x2-Bin-Modus gemacht. Das hat man früher häufiger mal gelesen. Es war mal eine Zeit lang sehr verbreitet, dass man zum Beispiel, wenn man mit einer Monochrom-Kamera gearbeitet hat, L-RGB-Aufnahmen gemacht hat. Dann hat man die L-Aufnahmen mit dem normalen 1x1-Binning gemacht und die Farbaufnahmen mit dem 2x2-Binning. Ich will nicht zu weit ausholen. Das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Macht man heute nicht mehr so. Also die meisten Leute nehmen die Farben auch im 1x1-Binning auf. Warum wurde hier jetzt das 2x2-Binning angewendet? Es gibt grundsätzlich zwei Fälle, wo dieses Spinning Sinn macht. Das Spinning macht einmal Sinn, wenn man vom Auflösungsmaßstab der Kamera-Teleskop-Kombination so deutlich, also beispielsweise, ich ziehe das Pferd von hinten auf, man hat sehr, sehr, sehr kleine Pixel und viel, viel, viel Brennweite. Dann ist man sehr im Oversampling. Das heißt, dass sehr, sehr, sehr viele Pixel zum Beispiel einen Stern samplen. Und dieses Oversampling bringt nichts, also schadet nichts, bringt aber auch nichts, führt im schlimmsten Fall zu einem ziemlich großen Stern. Dann geht man hin und kann das Binning verwenden. Das geht allerdings nur bei Schwarz-Weiß-Kameras und kann dann eben künstlich die Pixel vergrößern und so der Brennweite besser anpassen. Und dann ist man wieder in einem guten Sampling-Bereich. Der andere Fall, wo das Binding Sinn macht, und ich nehme an, dass deswegen hier die Kanäle auch im Binding aufgenommen, zweimal zwei Binding aufgenommen wurden, ist der Fall, wenn man mit den Einzelaufnahmen nicht hintergrundlimitiert wird. Und ich habe schon oft gesagt, dass das passieren kann, wenn man mit Schmalbandfiltern arbeitet, unter sehr dunklem Himmel, mit einem relativ langsamen Öffnungsverhältnis. Also schon eins davon würde ausreichen, aber hier kommen wirklich alle diese Fälle zusammen. Wir haben einen sehr dunklen Himmel, Gebirgshimmel, wir haben ein Öffnungsverhältnis von F10, wobei das glaube ich nicht stimmt, weil ja mit dem Reducer müsste es noch irgendwo anders liegen. Das habe ich aber jetzt nicht ausgerechnet, egal. Trotzdem ist es nicht wahnsinnig schnell. Wir sind hier nicht bei F2,8 oder F4 oder so. Also wir haben ein relativ langsames Öffnungsverhältnis, dunkler Himmel und Schmalbandfilter. Vor allen Dingen O3 und S2 sind dafür sehr anfällig. Da macht es dann durchaus Sinn, das Binding zu verwenden. Der Edmund schreibt, dass in dem Bild ein gewisses Wabenmuster auftaucht, und er fragt sich, woher das kommt und wie man das vermeiden kann. Dazu müssen wir mal ein bisschen reinzoomen in das Bild. Ja, und hier sieht man dieses Wabenmuster. Also es könnte, ist ja eine sehr filigrane Struktur generell, aber man sieht hier überall diese hellen Bereiche, die sowieso fäden. Das sieht so aus wie, wenn man manchmal so künstlerische Darstellungen von großen Galaxienclustern sieht, dann sieht das irgendwie auch so aus. Also, oder wie so ein Schwamm, ja. Also man sieht hier überall diese filamentartigen Strukturen, die nicht zu verwechseln sind mit diesen Filamenten hier. Ich fahre mal mit der Maus danach. Oder mit diesen Filamenten hier, die wirklich durch den Nebel selber kommen, sondern das sind Bildbearbeitungsartefakte. So, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, woher die kommen können. Die können kommen von Schärfungen. Jetzt hat der Edmund da schon dazu geschrieben, dass er zum Beispiel keine Dick Convolution benutzt hat. Oder, und das nehme ich an, dass das hier der Fall ist, was auch sein kann, ist, wenn man in Photoshop den Filter dunkle Bereiche vergrößern benutzt, was man dann macht, wenn man zum Beispiel die Sterne verkleinern will. Dann kann es sein, dass solche wabenartigen Strukturen auftauchen. So, kann sein, dass du das gar nicht bewusst gemacht hast, sondern dass du vielleicht irgendeine Photoshop-Action ausgeführt hast. Darüber habe ich ja mal ein Video gemacht. Und, dass dabei dieser Filter benutzt wurde und diese Strukturen daher zustande kommen. In den Rohbildern sind die nicht drin. Gucken wir uns jetzt mal die Rohbilder an. und sehen, dass da die Strukturen nicht drin sind. Das ist das H-Alpha-Bild, Rohbild. Ja, und hier sehen wir zwar noch relativ viel Rauschen. Wir sehen hier die Filamente des Supernova-Überrests, aber wir sehen diese wabenartige Struktur nicht. Was mir hier in dem Bild auffällt, ist, hier sind diese Streifen drin. Das könnte eine Eigenschaft des Chips sein, der schon etwas älter ist und der zu solchen Streifenbildungen neigt. Ein wenig kenne ich von der STL 11000. Ja, also H-Alpha-Bild. Dann haben wir hier das S2-Bild. Und da bin ich ja ganz kurz stutzig geworden. Ich zeige nochmal kurz das O3-Bild. Normalerweise ist es nämlich so bei Gasnebeln, dass H-Alpha immer dominant ist und sehr rauscharm. S2 sieht aber normalerweise so aus wie hier das O3-Bild und vice versa. Also hier kommt wahnsinnig viel in S2 und hier kommt in O3 relativ wenig. Und da habe ich gedacht, vielleicht hat er die Kanäle verwechselt. Aber nein, es kann natürlich sein, das liegt am Physik des Objektes selber. Bei einem Supernova-Überrest kann es sein, dass tatsächlich in S2 da sehr viel kommt. Und das ist auch scheinbar so. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt, weil ich unsicher war und habe nach Bildern gesucht. Und da bin ich tatsächlich auf die Seite von Bob Franke geraten und habe gesehen, dass der diesen Nebel mal als Whitefield aufgenommen hat. Und hier sieht man, das ist der Supernova-Überrest, das gelbe Ding hier und das grün-blaue. Das ist ein ganz normaler Gasnebel. Die haben wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun, die zwei. Und hier sieht man aber jetzt die charakteristische Färbung. Grün für H-Alpha, blau für O3. Und das ist ganz charakteristisch, dass diese Gasnebel innen drin sozusagen viel O3-Strahlung haben. Und da sieht man dann eben, diese Gasnebel haben sehr wenig Schwefel-2-Strahlung. Wenn dann immer nur hier an diesen Stoßfronten, in diesen Stoßbereichen. Und dieser Supernova-Überrest ist aber ganz gelb. Daran erkennt man sozusagen diese Schwefel-Geschichte. Und das scheint also real zu sein. Da müsste man jetzt, das ist wirklich dann interessant, weil, das sage ich ja auch immer, da kann man jetzt wirklich sich mit der Physik der Objekte auseinandersetzen. Und das sollten wir Astrofotografen ja auch ab und zu mal machen, weil, sage ich auch immer, in dem Wörtchen Astrofotografie steckt ja auch der Begriff Astro drin. Also es geht eben auch um Astronomie, um Astrophysik und so weiter und so fort. So, zurück zum Bild. Was mir hier jetzt aufgefallen ist, ist, es sieht ziemlich danach aus, als hättest du keine Flats verwendet oder die Flats sind irgendwie fehlerhaft. Es kann aber auch sein, der Chip ist so groß, dass du eine sehr große Abschattung hier drin hast. Also ich hatte das bei dem 11000er Chip auch schon mal, dass unsere Flat-Korrektur da nicht so richtig gut gearbeitet hat. Aber es fällt schon auf. Hier diese Abschattung bei dem O3-Kanal ist das ganz stark. Hier sieht es eigentlich besser aus, obwohl es immer auf der einen Seite diese Abschattung ist und beim h-Alpha-Kanal ähnlich. Also, falls du keine Flats machst, würde ich dir dringend empfehlen, welche zu machen. Das wertet das Bild nochmal richtig auf. Ansonsten, wenn du welche gemacht hast, kann natürlich sein, dass der Chip einfach quasi ein bisschen zu groß ist und dann wirklich, dass man da auch mit den Flats sozusagen nicht mehr hinterherkommt, weil die Bignettierung so stark ist. Eigentlich fällt mir nicht mehr zu dem Bild ein. Also, ich finde es ein super Bild, diese Wabenstruktur. Da habe ich schon meinen Verdacht geäußert. Es könnte auch sein, dass du ein bisschen zu sehr weich gezeichnet hast, hier in den Außenbereichen. Darüber könnte man sich noch unterhalten. Hier hast du wahrscheinlich entrauscht. Kann sein, dass du da ein bisschen übertrieben hast. Vielleicht kommt daher auch diese Artefaktbildung zustande, möglicherweise. Da immer mein Tipp, mit Masken arbeiten, also die hellen Bereiche sozusagen von der Rauschunterdrückung ausmaskieren. Ja, aber insgesamt ein Wahnsinnsbild. Und muss ich vielleicht auch sagen, also wir haben sehr, sehr viele Anfänger hier in der Bildbesprechung und der liebe Edmund, ich glaube, ich kenne dich auch noch aus diversen Foren schon von vor vielen, vielen, vielen Jahren. Er macht das jetzt schon seit dem Jahr 2000, also nicht erst seit gestern. Eine Sache möchte ich zeigen für alle interessierten Zuschauer. Das ist grundsätzlich, wie man in Adobe Photoshop eine sogenannte Hubble-Palette erstellt. Dazu nehmen wir mal das S2-Bild als Ausgangsbild. Das Erste, was man jetzt machen muss, ist, man nimmt das S2-Bild hier als Basis-Ebene sozusagen. Und dann muss ich hier den Modus, der stand vorhin noch auf Graustufen. Und das habe ich zwischenzeitlich schon geändert, aber ich zeige es nochmal. Den muss ich auf RGB wechseln. Und dann gehe ich als nächstes hin, mache eine Ebene, neue Einstellungsebene, Farbton-Sättigung. So, wichtig ist das Häkchen bei Schnittmaske setzen. Nur der Übersicht halber nehme ich jetzt hier mal eine Farbe. Das bedeutet aber nicht, dass das Bild jetzt gleich rot wird, sondern das bedeutet nur, dass die Ebene hier ein bisschen rot markiert wird. Ansonsten bleibt das so. Und jetzt habe ich hier Einstellungen und ich muss das Häkchen setzen bei Färben. Dann kann ich hier den Farbton wählen. Und das geht von 0 bis 360. Das entspricht dem Farbrad. Ihr könnt mal den Begriff Farbrad googeln. Man muss sich das Ganze also als Kreis vorstellen, wo rot eben auf der Position 0 oder 360 ist. Grün bei 120 und blau bei 240. Man wird dann hier jetzt 0 wählen, weil ich möchte, dass dieser Kanal rot ist. Die Sättigung setze ich auf 100 und die Helligkeit auf minus 50. Jetzt gehe ich hin und nehme den H-Alpha-Kanal mit STRG A, STRG Copy in die Zwischenablage. Leg diesen hier oben drüber mit STRG V. Entschuldigung, STRG V. Jetzt mache ich das Gleiche. Also wieder Ebene, Einstellungsebene, Farbton, Sättigung, Schnittmaske erstellen. Ich wähle jetzt hier mal grün aus. Dann stelle ich 120 Grad ein. Für, ach, Färben muss ich noch einstellen. Entschuldigung, 120 Grad. Dann wird das grün, die Sättigung auf 100%. Die Deckkraft auf minus 50 oder die Helligkeit. So, und jetzt muss ich diese Ebene hier noch verändern und muss nämlich sagen, negativ multiplizieren. Jetzt sieht man schon, dass das langsam, aber sicher ein Bild wird. Jetzt nehme ich noch den O3-Kanal mit STRG Apfel, STRG Copy in die Zwischenablage. Leg den auch da drüber. Klar, jetzt liegt das ganz oben drauf. Ist auch wieder schwarz-weiß. Also muss ich das auch wieder einfärben über Ebene. Farbton, Sättigung, Schnittmaske. Wie gesagt, das dient hier nur der Übersicht für mich, ja. So, Färben. 240 entspricht der Farbe. Blau übrigens, wenn ihr das mal in Detail sehen möchtet. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Vor vielen, vielen Jahren. So, jetzt wird diese Ebene hier auch noch auf negativ multiplizieren gestellt. Und so bekomme ich dann meine Basis für die Hubble-Palette. So, jetzt kommt was sehr Interessantes. Also, man muss das jetzt noch weiter bearbeiten. Ich kann jetzt jeder dieser Ebenen noch zum Beispiel eine Gradationskurve zuordnen, um also auch nochmal die Helligkeiten zu verändern. Aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, ist die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten, die man jetzt hier hat. Also die Hubble-Palette hat wissenschaftlich sehr, sehr viel Sinn. Ganz kurz erklärt. Man möchte die Elemente hier zeigen und zeigen, welchen Einfluss sie haben, wie sie verteilt sind in so einem Nebel. Und deswegen geht man hin und spreizt die farblich in diesem Farbrad auf diese drei Punkte. Also 0 Grad, 120 Grad, 240 Grad. Da sind sie am weitesten voneinander entfernt. Also die Farben sind am komplementärsten, wenn man so will. Und dadurch unterscheiden sich diese einzelnen Filter im fertigen Farbbild jetzt deutlich. Und man sieht hier, das O3 hebt sich deutlich. Das ist blau. Und man sieht, ah ja, hier in diesem Bereich ist sehr viel O3. Und überall hier, wo Rottöne vorherrschen, dominiert der Schwefel. Und überall da, wo Grün-Töne sind, ist jetzt eben das H-Alpha-Dominant. Und also kann man Rückschlüsse, physikalische Rückschlüsse ziehen. Deswegen macht die Hubble-Palette total Sinn. Das Problem ist, was ich vorhin schon sagte, ist H-Alpha ist oft so dominant, dass es gar nicht so eine schöne Farbdifferenzierung gibt. Und dann verändert man das eben noch ein bisschen. Tweakt, wie der Amerikaner oder Engländer sagen würde, die Farben noch ein bisschen, um da irgendwie noch was zu verändern. Übrigens, hier oben ist schon grün, deutet sich an. Ja, da kommt im Hintergrund schon, was wir vorhin im Whitefield gesehen haben, dieser Emissionsnebel durch, ja. Der wahrscheinlich hier mit diesem Nebel nichts zu tun hat. Also physikalisch kann man jetzt schon tolle Rückschlüsse ziehen. Das ist eine feine Sache. Aber es gibt nicht nur die Hubble-Palette. Es gibt zum Beispiel noch die Canadian Hawaiian Friends Telescope-Palette. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Könnt ihr mal googlen. Also man kann im Prinzip jetzt total kreativ sein, was hier die Farbgebung angeht, ja. Ich rufe jetzt das hier nochmal auf. Also ich habe ja S2 rot eingefärbt. Ich kann aber auch sagen, ich mache S2 jetzt mal blau. Und jetzt sieht man aber irgendwie, es macht wenig Sinn. Also es schließt sich einem nicht. Jetzt gehe ich mal hin, mache was Interessantes. Und nimmt den H-Alpha-Kanal und macht da mal nicht grün, sondern orange. So. Liegt ungefähr bei 40. Ich kann hier auch einfach mal den Slider bewegen. So kann das so machen. Problem ist jetzt, dass der Hintergrund auch ziemlich orange ist. Aber das entspricht eher den realen Filterfarben, wenn ich das so mache. Also der S2-Filter ist ein tiefroter Filter. Der ist wirklich hier ganz, ganz tiefrot. Der H-Alpha-Filter ist nicht so rot wie der S2-Filter. Der ist eher orange-rot. Deswegen kann man hier mal hingehen und den H-Alpha-Filter dem rot zuordnen. Und den O3-Filter, der ist in Wirklichkeit ja auch nicht blau, sondern der ist eigentlich türkis. Das kann ich ja auch mal machen. Ja. Das wäre dann ungefähr hier also bei 210 oder 200. Und jetzt bekomme ich einen ganz anderen Farbeindruck. Und das würde man dann Real Color, also echte Farben nennen, weil das dann der Zuordnung der echten Filterfarben entspricht. Ich kann hier aber auch noch mal aus ästhetischen Gründen auf 240 gehen. Naja, es sieht schon realistischer aus, wenn ich hier auf 210 gehe. So. Und jetzt habe ich eine Farbzuordnung, die wirklich den Filterfarben entspricht. Ja. Und damit kann man auch ein bisschen spielen. Es gibt Astrofotografen, die damit ganz tolle Ergebnisse auch erzielen. Jukka Pekamezza Vaino zum Beispiel macht unglaubliche Bilder in der Art und Weise. Eine Zeit lang aus Deutschland, Rolf Geisinger, hat wahnsinnig tolle Bilder in dieser Farbzuordnung gemacht. Und es gibt Astrofotografen, ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, die machen ein Objekt in beiden Farbzuordnungen. Dann sieht man manchmal auch Leute, die völlig wild und kreativ sind und dann irgendwie ganz wilde Sachen machen. Ich habe mal so silberblaue Farben gesehen. Ja, da kann man sich im Prinzip ein bisschen kreativ austoben. Gut, wollte ich euch gezeigt haben an diesem Bild, weil das Rohmaterial sich dafür so schön eignet. Ansonsten wahnsinnig tolles Bild. Zwei Kritikpunkte habe ich. Einmal diese Wabenstruktur, hast du selber schon gesagt. Kann an Schärfungsfiltern, Weichzeichnungsfiltern, also kann ein Artefakt irgendwo eines Filters sein, eines digitalen Filters oder eben dieses Filters dunkle Bereiche vergrößern, heißt der, das ist irgendwo hier, ich weiß gar nicht, unter sonstige Filter, der da, den benutzt man in der Regel dazu, um die Sterne zu verkleinern, ja. Und dann kann es sein, dass solche Artefakte auftauchen. Wie gesagt, kann auch sein, dass es Teil einer Photoshop Action war, die du vielleicht ausgeführt hast und, ja, muss man ein bisschen drauf achten. Gut, weiter geht's. So, weiter geht's. Nächstes Bild und das freut mich mal wieder wahnsinnig sehr, denn wir haben sehr, sehr selten Frauen unter den Einsendern und in diesem Fall freut es mich ganz besonders. Das Bild kommt von der lieben Miriam. Miriam kommt aus der Nähe von Hamburg und ist gerade mal 18 Jahre alt und betreibt Astrofotografie, den, wie man sieht, schon wahnsinnig toll. Und das finde ich einfach toll. Der Tatsache schuldet, dass es so wenige Frauen in dem Hobby gibt und da gibt es meiner Meinung nach gar keinen Grund für, warum das so ist und, ja, finde das super und finde das Bild, kann ich jetzt schon sagen, auch wirklich, wirklich richtig gut. Dazu aber später noch mehr. Also es ist in der Nähe von Hamburg aufgenommen, können wir uns gleich kurz nochmal in der Lichtverschmutzungskarte angucken. Kann man sich vorstellen, dass das irgendwie kein Paradies für Astrofotografen ist. Und sie hat erst im Dezember 2019 mit Astrofotografie angefangen. Eigentlich ist das kaum zu glauben, dass du dann schon so eine Aufnahme machst. Gut. Das Ganze ist mit einem TS-Optics 8-Zoll-Ritchie-Cratin-Teleskop aufgenommen. Das ist ein F zu 8-Teleskop auf einer H-IQ5 Pro Synscan. Und ja, sie schreibt dazu, dass sie gerne kleine und außergewöhnliche Objekte fotografieren möchte. Das ist ja M81 jetzt nicht gerade. Na gut, aber ich weiß, was du meinst. So, Kamera war eine Canon EOS 600DA, also Astro modifiziert. Bei ISO 1600 wurden 55 mal 300 Sekunden, also insgesamt viereinhalb Stunden belichtet. Aktiv nachgeführt mit einem Leitrohr und einer Guiding-Kamera ASI 178 MM. So, du schreibst selber, dass die Aufnahmen leider ein klein wenig defokussiert sind und fragst, was kann ich beim Aufnehmen bzw. der Bildbearbeitung noch besser machen. Du hast schon ganz viel richtig gemacht, um das mal vorwegzunehmen. Wie heißt das Ding hier unten noch? Ich glaube, das ist Hollenberg 9 oder irgendwie sowas. Oder Hollenberg 11, ich vergesse es immer. So eine kleine Zwerggalaxie. Das ist schon mal ein Indikator dafür, dass die Aufnahme einigermaßen tief ist. So, was man sieht ist, ja, du schreibst selber, ist ein bisschen defokussiert. Okay, dafür hast du aber relativ viele Details drin. Größtes Problem, was ich hier sehe, ist das Rauschen. Man sieht hier insbesondere im Farbrauschen sehr viel, ja, diese griselige, typische griselige Struktur. Dafür gucken wir uns jetzt mal ganz kurz den Standort an. In der Lichtverschmutzungskarte, da ist schon das Häkchen gesetzt. Und das ist nah an Hamburg City, das ist schon eher rote Zone wie gelbe Zone. Da müsste man hin oder da. Da ist es Wahnsinn, aber das ist wahrscheinlich auch eine Ecke zu fahren. Und das ist eben auch so eine Sache, ja, irgendwie da allein in der Pampa stehen möchte man vielleicht nicht. Aber vielleicht gibt es einen netten Verein irgendwo, wo man sich anschließen kann, der eine Außensternwarte hat. Ich weiß, dass es in Norddeutschland ganz viele Astrofotografen gibt, die da aktiv sind. Ich meine, es gibt da auch Vereine. Kannst dir ja mal überlegen. Zurück zum Bild. Also, das Problem ist also nicht die viereinhalb Stunden Belichtungszeit. F8 ist jetzt auch nicht wahnsinnig schnell. Das ist eben das Ding mit dem RC. Da hast du ein relativ langsames Öffnungsverhältnis. Und ja, dafür hast du eine tolle Brennweite. Kaufst dir das eine für das andere sozusagen. Ein Trade-off, wie der Engländer sagen würde. Also, das Rauschen kommt vom relativ schlechten Öffnungsverhältnis und von der starken Lichtverschmutzung, die du höchstwahrscheinlich an deinem Standort hast. Das heißt, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder weiter rausfahren oder einfach deutlich länger belichten. So, Fokustreffen hilft natürlich auch. Darüber muss ich dringend mal ein Video machen. Ich glaube, du bist nicht weit davon entfernt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du überhaupt, ob das überhaupt stimmt, was du schreibst, dass du leicht defokussiert bist. Man könnte zwar den Eindruck gewinnen, aber es kann auch letztendlich einfach sein, dass du hier seeing-bedingt an die Grenzen der Auflösung gekommen bist. Und dass die Sterne deswegen so ein bisschen sehen ja eigentlich, ich habe schon Schlimmeres gesehen, sagen wir so, sehen ja eigentlich noch ganz gut aus. Bei einem RC, hätte ich jetzt gesagt, kann das durchaus sein. Die Frage ist, ob der richtig kollimiert ist. Mir hat heute noch jemand geschrieben, warum wir im letzten Astrofotocast nicht auf die RCs eingegangen sind. Diese RCs sind schwer zu kollimieren und die halten die Kollimation vor allen Dingen sehr schwer. Also vor allen Dingen die GSO-Dinger. Wir haben damit auf dieser Astrofarm, wo ich auch als Betreuer tätig bin, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben das Gerät deswegen aussortiert in so einem Leihbetrieb, wo man Geräte ausleiht an Sternfreunde, die viel Geld dafür bezahlt haben. Dass sie Astro-Urlaub in Namibia machen, kann man sich nicht leisten, dass ein Gerät unzuverlässig ist. Und das ist leider der, zumindest unserer, GSO-RC gewesen. Das heißt, man kann das Ding justieren. Das ist nicht leicht. Wenn man es einmal justiert hat, sollte man möglichst aber es dann auf der Montierung lassen und nicht weiter bewegen, weil die Dinger die Justage ganz schnell verlieren. Und wenn du das gut justiert hast, dann ist es ein tolles Gerät. Warum komme ich da überhaupt drauf? Weil die Sterne hier so ganz leichte, kometenartige Strukturen zeigen. So, dann sehe ich ganz, 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 ganz leicht hier ein Farbrauschmuster entlang der X-Achse des Bildes, was darauf hindeutet, dass du vielleicht das sogenannte Walking-Pattern-Noise hier hast. Kann ich nochmal verlinken, das Video, was ich dazu gemacht habe. Hier würde Dizzern dann eben helfen. Falls du es nicht schon gemacht hast, ich vermute mal, du hast nicht gedizzert. Gut, ansonsten bei der Bildaufnahme, ja, entweder ins Dunkle fahren, länger belichten oder länger belichten oder am besten beides. Insbesondere dann, wenn du, das ist ja jetzt kein, das ist ja eher ein Standardobjekt, aber wenn du kleine Funzeln machen willst, die nicht so bekannt sind vielleicht, dann brauchst du eben noch mehr Belichtungssalt. Ansonsten finde ich hier schon wahnsinnig viel richtig gemacht. Wir gucken uns mal das Rohbild an. Das gucke ich mir aber, glaube ich mal, in einer anderen Software an. So, das ist das Rohbild geöffnet in Pixinside. Und man sieht hier schon, das ist ja noch das ungestreckte Bild, sieht man schon diesen unglaublichen Hintergrund, der irgendwie ganz rot ist. Also, das ist eben die Lichtverschmutzung, die hier durchkommt. Wir machen mal folgendes. Wir gucken uns das Bild mal stark gestretched an, ohne wirklich die Bildinformationen zu verändern. So, da ist viel Lichtverschmutzung. Und auch hier ist jetzt die Frage, hast du Flats gemacht? Also, wie gerade bei dem Bild vom Edmund, sieht man hier sehr dunkle Ecken. Wenn du Flats gemacht hast, ist es entweder so, dass der Chip ein bisschen groß ist, was ich mir in dem Fall jetzt nicht vorstellen kann. Ich vermute eher, jetzt gucke ich nochmal nach. Du hast mir doch geschrieben, ob du Flats gemacht hast. Nee, hast du nicht. Du hast mir nur geschrieben, dass du fünf Dark Frames gemacht hast, aber wahrscheinlich keine Flats. Also, dann hätte ich noch einen Tipp für die Bildaufnahme. Unbedingt Flats machen. Wird dein Bild wahnsinnig verbessern. Viele meinen, dass die Flats nur dazu da sind, um diese sogenannte Vignettierung, also die Abschattung der Optik irgendwie hier in den Außenbereichen zu verändern. Nein. Hier unten sehe ich zum Beispiel jetzt, ah, hier sieht man so einen typischen Dust-Donut. Donut wegen der Form. Ja, hier ist so ein ganz schwach, so ein Kringel. Die kriegt man damit weg. Hier unten sind noch mehr Dust-Donuts. Aber viel wichtiger ist das auch. Unterschiede in den einzelnen Pixeln. Die Pixeln sind nicht alle gleichempfindlich. Insbesondere bei CMOS-Kameras sind die unterschiedlich empfindlich. Und auch das wird mit dem Flat ausgeglichen. Und die Leute glauben zum Beispiel nicht und sagen irgendwie, das kann man doch mit Software, kann man das Bild auch eben kriegen. Ja, möglicherweise, aber eben nicht so genau. Ein Flat führt dazu, dass das Rohbild oder die Rohbilder deutlich, deutlich besser werden. Und dann hast du in der Bildbearbeitung viel mehr Möglichkeiten. Und das würdest du hier bei dem Bild auch sehen. Also das ist dann mein nächster Tipp, unbedingt Flats machen. Du hast nur fünf Darks gemacht. Das ist auch gefährlich. Also Darks kosten nichts, sage ich immer. Und da mach mal ruhig 30, wenn nicht noch mehr. Denn wenn du nur fünf nimmst, du musst dir immer vorstellen, dass auch die Darks verrauscht sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Dark machst, ist das stark verrauscht. Wenn du das dann abziehst von dem Bild, dann bleibt dieses Rauschen nachher in deinen Bildern drin. Das heißt, du verschlechterst wieder dein Bild. Also macht es Sinn, sehr, sehr viele Darks zu machen. Jetzt muss man immer gucken. Manche würden ja jetzt auf die Idee kommen, vielleicht dann, was weiß ich, Hunderte von Darks zu machen. Das ist aber nicht praktikabel. Aber so eine Faustregel ist, genauso viele Darks machen wie Lightframes, sagen viele. Aber grundsätzlich mal so 30, vielleicht sogar 60 Darkframes machen. Wie gesagt, die kosten nichts. Die kann man irgendwie, ich mach die immer bei mir im Kühlschrank. Und vielleicht ist da auch ein bisschen das Problem mit dem Rauschen. Beziehungsweise anders gesagt, du musst ja zusehen, dass du irgendwie dein Rauschen in den Bildern irgendwie ein bisschen besser hinkriegst. Und da würde ich dir auf jeden Fall auch raten, mehr Darks zu machen. Gut, ich versuche mal, ob man jetzt hier mit Software ein bisschen was hinkriegt. Ich erinnere mich gerade nicht, ob du mir geschrieben hast, welche Software du verwendest und ob du überhaupt Pixinside verwendest. Aber das hier ist so ein sehr tolles Werkzeug, um Hintergrundgradienten zu... Ich kann das nicht, ich kann nicht klicken und sprechen. Ich bin ein Mann. Sag einfach gar nichts mehr. So, jetzt sind da einige rot. Jetzt nicht mehr. Gut, jetzt löse ich das mal aus. Wir gucken mal, ob das, was die Software jetzt hier macht, realistisch aussieht. Ja, das könnte der Gradient sein. Deswegen ziehen wir das jetzt mal ab. Also was macht die Software? Die erstellt aus diesen Samples, die ich gesetzt habe, ein künstliches Gradientenmodell. Ja, das wird jetzt einfach abgezogen vom Bild, in der Hoffnung, dass erstens Gradienten, zweitens auch deine Vignettierung dadurch weggehen. Die Vignettierung kriegt man aber wahrscheinlich besser in den Griff, tatsächlich mit einer Division. Müssen wir gleich mal gucken. So. Ja, das ist das, was ich meine. Also das ist gefährlich, weil jetzt haben wir uns noch mehr Gradienten eigentlich eingefangen. Also die Vignettierung ist so ein bisschen weg, aber ja, also bin ich nicht so richtig glücklich mit. Wird viel Arbeit, das jetzt irgendwie sauber zu kriegen. Ja, also wenn wir hier, wenn du hier Flats machen würdest und wir das Problem schon mal nicht hätten, dass wir hier diese Vignettierung haben, dann könnten wir uns besser um die ganze Geschichte hier kümmern. Und so sieht man, das wird eine Menge Arbeit. Also, nee, das lasse ich, das würde im Rahmen einer Bildbesprechung sprengen. Ja, mehr kommt da jetzt nicht, weil, ja, hier fehlen einfach die Flats. Also, unbedingt mal mit dem Thema Flats auseinandersetzen. Ich habe ein Video dazu gemacht. Guck dir das an. Und, ja, also, das ist jetzt so ein Bild, wo ich sagen würde, da hätte ich keine Lust, daran weiterzuarbeiten, weil ich weiß, das wird schwer, wegen der Gradienten und wegen der Vignette hier. Und wenn die Vignette schon mal weg wäre, dann könnte man sich um die Gradienten kümmern und dann könnte man hier in die Details gehen. Aber da wird nicht mehr kommen. Ich kann jetzt irgendwie ein bisschen am Kontrast spielen. Also insofern hast du eigentlich echt schon eine tolle Bildbearbeitung gemacht. Du hast also schon das Maximum da rausgeholt. Aber mir persönlich würde jetzt so ein bisschen die Lust an der Bildbearbeitung hier vergehen. Weil ich weiß, dass ich das hier kontrastmäßig nur ganz schwer hinkriege, vor dieser Vignette die Galaxie besser rauszupielen. Und man sieht, wenn man ganz nah rangeht, auch, dass das ziemlich verrauscht ist. Gut. So. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Mehr Darks machen. Unbedingt Flats machen. Ja, gerne noch länger draufhalten oder in die Pampa fahren. Fokussieren. Guck, das kann ich jetzt gerade schwer beurteilen. Ich kann noch mal gucken in den Ecken. Guck mal, ob deine Justage richtig ist. Mir sieht das eher so aus, als wäre die Justage nicht in Ordnung. Das sind hier alles so kleine Kometen. Das wird in den Ecken auch eher schlimmer. Guck dir das Video über die Bildfehler an, das Interview mit dem Tommi. Und schau irgendwie, ob du da irgendwas für dich rausziehen kannst. Ansonsten bist du meines Erachtens auf einem super Weg. Man muss hier noch mal dazu sagen, wenn du erst Ende des Jahres 2019 angefangen hast, schon solche Bilder produzierst und erst 18 Jahre alt bist. Dann holler die Waldfee. Bin ich mal gespannt, was da so die nächsten Jahre kommt. Ja, viel Spaß mit dem Hobby. Ich hoffe, ich habe dich eher motiviert und nicht runtergezogen. Weiter so, unbedingt weiter so. Finde ich ganz toll. So, und das dritte Bild für heute ist auch mal wieder ein Wiederholungstäter. Der liebe Lukas Langner war, glaube ich, ganz zu Anfang, als ich das mit der Bildbesprechung im Herbst hier gestartet habe, schon mal mit einem Bild dabei. Und ja, hat jetzt ein neues Bild geschickt. Der Pferdekopfnebel IC 434. So, Bilddaten sind wie folgt. Ja, das Bild wurde neuer aufgenommen. Und zwar in Mittelfranken auf einem Modellfluggelände sehe ich 30x240 Sekunden. Starks, Bias Flats wurden gemacht. Aber, 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 wo steht das Teleskop? Ah, ein 6 Zoll TS Optics Photonewton. Das heißt, er hat 600 Millimeter Brennweite. Dementsprechend bei 6 Zoll, also 150, genau genommen 154 Millimeter, ist es ein F4 mit dem GPU-Korrektor. Schöne Kombination. Eine ZWO ASI 017MC Pro und ein IDAS LPS D2 Light Pollution Filter. Das Ganze auf einer Skywatcher H-EQ5 mit einem aufgesattelten Guiding Scope und mit der allseits bekannten 120 ASI 120MM Mini nachgeführt. Das Ganze mit einer Indie Box mit K-Stars, Indie und E-Cross. Das ist auch interessant. Und ja, habe ich schon gesagt, wie lang belichtet? 30x240 Sekunden. So, das Ganze wurde in der Software Serial bearbeitet. Und ja, das erinnert mich daran, dass ich da unbedingt mal auch was machen wollte. Ein Vergleich vielleicht von freier Stacking-Software, also vielleicht mal Serial und Deep Sky Stacker und Regim, wie sie alle heißen. Also die Softwares, die man freierhältlich bekommt, vielleicht mal gegeneinander testen. Das Schöne an Serial ist, dass es auch so ein paar nützliche Tools hat, wie zum Beispiel eine vernünftige Farbkalibrierung und so weiter und so fort. Das gefällt mir schon mal sehr gut an Serial. Du schreibst selber, dass du mit der Bildbearbeitung, dass du da noch nicht sehr erfahren bist. Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, das ist ein wunderbares Bild vom Pferdekopfnebel, was jeden erstmal in Verzückung geraten lässt. Also da wird, wenn du das deinen Nachbarn zeigst, irgendwelchen Leuten, Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde, dann würden die alle, denen würde allen die Kinnlade runterfallen. Die würden sagen, boah, was ist das denn? Und das hast du gemacht? Das sieht ja mega aus. Also, das sind, das muss man immer dazu sagen, dass wir leben heute in einer tollen Zeit. Viele Leute können heute Astrofotografie machen und solche tolle Bilder erstellen. Das war nicht immer so. Aber ich sage ja immer, ich gucke besonders kritisch hin und deswegen hast du mir das Bild ja auch geschickt und du siehst natürlich auch selber schon kritisch so ein paar Sachen. Da fällt auf, und das hast du mir auch geschrieben, hier ist so ein Hallo, der ziemlich deutlich deinen Hautspiegel abbildet. Ja, man sieht die Verdunklung durch den Sekundärspiegel hier in der Mitte und hier außen ist der Hautspiegel. Das sieht man ganz schwach hier auch noch und zwar in viel größer. Jetzt kann man hingehen, ich vergesse aber immer, wie das geht, und kann aufgrund der Größe dieses Halos berechnen, den Abstand berechnen zu der Glasfläche, die dieses Halo produziert. So, weiß ich leider nicht, habe ich noch nie gemacht. Die Tatsache, dass dieses Halo hier ziemlich groß aussieht, spricht eigentlich dafür, dass die Glasfläche relativ weit weg vom Chip ist. So, was kann das dann sein? Ja, also es wird nicht irgendwie ein Sensorglas sein. Dann kommt als nächstes der Korrektor. Ist es der Korrektor? Der GPU ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass er solche Reflektionen erzeugt. Ja, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Da würde ich mich nicht als Experten bezeichnen. Aber ist es irgendeine Glasfläche, die hier quasi Licht zurückwirft und dadurch entsteht eben dieser Reflex. Und diesen kleinen hier, da könnte man noch was machen. Ehrlich gesagt habe ich da für mich auch noch nicht die perfekte Methode herausgefunden. Aber ich wollte da mal eine Folge drüber machen. Dazu muss ich aber noch ein bisschen experimentieren. Deswegen will ich das jetzt auch mal nicht vorwegnehmen. Diesen großen hier, da kann man fast nichts machen. Ich habe Bildbearbeitungstutorials von echten Profis gesehen, also so Adam Block und so, die es dann schaffen, so ein riesen Halo auch wegzukriegen. Da muss man aber echt schon sich zum Beispiel mit PixInsight und Konsorten sehr gut auskennen. Da wüsste ich jetzt nichts. Ich würde mich eher auf die Suche machen danach, woher dieser Reflex kommt und versuchen, das zu eliminieren. So, viele Fragen nach dem letzten Video, wo es um die Bildfehler ging, gehen in die Richtung, macht es Sinn, zum Beispiel Blenden in einen Newton einzubauen und so weiter und so fort. Ich weiß, dass vor vielen Jahren einige Leute experimentiert haben mit Blenden im Newton, was irgendwie verhindern sollte, dass es Streulicht in den Newton gibt. Und man ist dann eher dazu übergegangen, weil man festgestellt hat, das bringt dann doch nicht so viel. Und vor allen Dingen durch eine Blende blendet man eben auch ab. Das heißt, man verringert die Öffnung des Teleskops. Da ist man eher dazu hingegangen und hat die Teleskope innen drin mit Velour ausgekleidet und zum Beispiel Kantengeschwärzt. Du hast mir aber geschrieben, dass du das auch schon gemacht hast. Also Spiegelkantenschwärzen, ja. Bin mir nicht sicher, ich habe jetzt lange keinen Newton mehr selber gehabt, aber viele Newtons kommen heute im Carbon-Tubus daher und haben dann sozusagen schon eine aufgeraute, matte Oberfläche innen drin. Und ich kann mir vorstellen, dass solche, also der Newton hier von dir, das ist ja so ein TS-Fotonewton, dass er womöglich auch schon geschwärzte Kanten hat. Ach nee, du hast geschrieben, dass du das selber gemacht hast. Also das sind so die Methoden, die ich kenne. Ich benutze aber jetzt seit vielen Jahren überwiegend APOS. Ab und zu fotografiere ich zwar mal mit Newton, aber habe mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, hatte aber auch solche Probleme bisher nicht. Also, was diese Blenden angeht, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das macht man heutzutage eher nicht mehr. Wie gesagt, der Nachteil ist ja auch, dass man dadurch eben Licht verliert. Je nachdem, wie groß die Blende ist natürlich. Aber das Auslegen mit Velour und das Schwärzen der Kanten, der Spiegel, das ist gängige Praxis. Viel fällt mir zu dem Bild eigentlich nicht ein. Also ich finde es echt gut. Und außer so das Übliche, du hast es auch gut, was das Rauschen angeht, in den Griff bekommen. Und es sind schöne Details. Also ich finde das ganz ehrlich klasse. Man könnte ein bisschen was noch versuchen mit den Sternenfarben. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Dazu ist es meines Erachtens wichtig, dass du die Farbsättigung schon vorm Stretchen anhebst. Dann schreibst du selber, dass du Probleme mit Gradienten, oder nee, du schreibst, falls Gradienten im Bild sind. Und da könnte man darüber sprechen, ob das hier real ist. Also ob dieser Blaustich hier unten. Ja, hier ist deutlich, also hier ist im Hintergrund deutlich mehr Blau als hier oben. Wo die Farben irgendwie eher ausgeglichen sind. Das heißt, es könnte hier tatsächlich sein, dass du hier einen Farbgradient noch drin hast. Das stört mich jetzt nicht so, weil der Farbgradient exakt entlang dieser Nebelkante hier verläuft. Und das insofern gar nicht auffällt. Und hier oben ist neben diesen Ausläufen ohnehin mehr Rot, weil hier das ist alles voll von H-Alpha. Das kommt nur in deinem Bild nicht durch, weil es sehr lichtschwach ist. Grundsätzlich könnte man aber mal, ja, könnte es ja mal versuchen, ob hier ein bisschen was zu machen ist. Ja, mal vorher, nachher tatsächlich hat hier auch der Gradient X Terminator was gebracht. Jetzt messe ich nochmal hier die Farben und die sind jetzt deutlich ausgeglichener. Sieht so eigentlich besser aus, muss ich zugeben. Also dieser Blaustich war tatsächlich ein Problem. Gut, jetzt hast du geschrieben, dass du ein Linuxer bist und kein Gradient X Terminator hast. Was macht man dann? Also das Nonplusultra in puncto Gradienten entfernen ist ohne Zweifel die Dynamic Background Extraction in Pixinside. Wenn du doch Linux hast, dann überleg doch mal, ob du nicht irgendwie Pixinside kaufst. Weil das ist auf Linux-Basis programmiert. Die Programmierer schreiben ja selber, dass es auf Linux ganz besonders gut läuft. Ich habe es übrigens auch. Ich habe auch eine Linux Distribution, wo ich es auch ab und zu mal laufen habe. Und es funktioniert wirklich auch tadellos da. Und dann hättest du ein Wahnsinnstool, um solche Gradienten zu entfernen. Das kostet, glaube ich, 240 Euro. Pixinside ist, ja, was Besonderes insofern, dass es eine sehr, sehr, sehr mächtige Bildbearbeitungssoftware ist. Und viele Leute am Anfang sagen, da bin ich überfordert mit, weil man braucht ja nicht alles, was Pixinside liefert. Und man muss auch nicht jedem Tutorial hinterherrennen, wo irgendwas mit Pixel Math oder so gemacht wird. Also, ich habe ein Basis-Workflow hier auf meinem Kanal. Und dazu muss man nicht Atomphysik studiert haben, um das zu kapieren, wie das funktioniert. Also, kann ich nur ermutigen dazu, vielleicht mal ein Auge auf Pixinside zu werfen. Ansonsten überlege ich aber gerade, Cyril hat doch sowas oder nicht. Das hat doch sowas Ähnliches auch, dass man da Gradienten entfernen kann. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich meine aber schon. Was fällt mir sonst noch ein? Ansonsten, unter Linux bin ich jetzt nicht so ganz bewandert, was es da noch so gibt. Aber, ja, die Dynamic Background Extraction in Pixinside ist, es sucht seinesgleichen. Ja, kann ihr nur dazu raten. Ansonsten, das ist ein super Bild. Den Gradienten haben wir jetzt noch entfernt. Dann sieht es nochmal besser aus für meinen Geschmack. Von den Farben noch ausgewogener, noch ein bisschen wärmer. Auch die Rottöne kommen noch schöner durch. Trotzdem haben wir eine Farbdifferenzierung hier. Wir könnten jetzt noch ganz leicht mal... Hasta la vista green drüber laufen lassen. Dann geht hier auch noch dieser grünen Stich weg. Und, ja, wunderbare Aufnahme. Kann ich nur zu gratulieren. Einfach weiter so. Bildbearbeitung braucht auch einfach manchmal ein paar Jahre, bis man da wirklich die letzten Kniffe hat. Und bis man vor allen Dingen seinen eigenen Workflow gefunden hat. Also, ich habe irgendwann meinen Workflow gefunden. Manchmal muss man auch variieren. Ja, wenn man so festgefahren ist in einem Workflow, muss man manchmal auch von Bild zu Bild ein bisschen anders das Ganze angehen. Aber, ja, im Großen und Ganzen ist das auch alles keine Raketenwissenschaft, wie ein Freund von mir immer sagt. Also, man kann das alles auch lernen. Gut, ich hoffe, das hat dir geholfen. Also, ich würde sagen, einfach weiter so. Das ist schon ein super Bild. Und bis auf diese Geschichte mit dem Gradienten hätte ich da gar nichts anders dran gemacht.